360 Football hier mit einem neuen Video und heute geht es darum, den ersten Ballkontakt selbstständig, alleine zu trainieren. Das ist eine Komponente des Fussballs, die enorm wichtig ist, denn der Touch in den Lauf, der muss einfach sitzen, dort sollten so wenige Fehler wie möglich passieren und darum gilt es, das auch ganz selbstständig zu trainieren. Nimm den Ball, geh selber auf den Platz, trainier das, damit du auch im Spiel das Spiel schneller machen kannst und der Mannschaft richtig helfen kannst. Wir zeigen dir jetzt fünf Übungen, wie du das ganz selbstständig trainieren kannst. Soh, 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 soh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.